Immerhin mit Unity gemacht, Eigenschaften, Pony Island und man sieht es auch schon, ne? Das Icon ist der Hammer schon mal, ist das ein Pink Invisible Unicorn? This game uses mouse input almost exclusively and sometimes requires precision. Das ist ja was für mich. The Keyboard is used sometimes. Okay, wie? Überwiegend mit Maus? Ja, überwiegend mit Maus und du bist jetzt schon im Spiel, also du fängst jetzt direkt an, das weißt du. Nee. Dann sag ich dir das jetzt und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem wunderbaren Spiel. Oh, die Farben, die Farben, aber süß. Also wenn du jetzt wirklich starten willst, dann gehst du am besten nochmal raus und... Wie, wenn ich wirklich starten will? Warum soll ich nochmal raus? Weiß ich nicht. Du kannst auch drin bleiben, wenn du die Leute quälen willst. Dann nehmst du schon auf. Ich nehm schon auf. Wieso, hast du noch was anderes? Ach so, alles doch gut. Nein, nein, nein. Ist okay, dann lass doch so. Lass doch so. Gehst du bitte aus den Optionen raus? Wie, kann ich nicht Audio ein bisschen leiser machen? Ach, musst du gar nicht. Komm, versteck. Aber ich kann auch Grafik einstellen oder sowas oder nicht? Ja, natürlich. Kannst du da Grafik-Settings machen und so. Ja komm, dann machen wir auch hier High. Also dann gleich das volle Programm, oder? Ja, dann viel Spaß. Mach mal. Äh, okay. Und, ähm, in der Hinsicht mach ich dann mal, ne? Viel Spaß mit dem wunderbaren Spiel an alle Zuschauer. Bell legt ja gerade schon los. Er ist ja schon mitten am Zocken, obwohl er es gar nicht weiß. Dementsprechend, ähm, die Tickets, die du da übrigens an der linken Seite siehst, da unten, die solltest du vielleicht mal versuchen zu ergattern. Es gibt 24 Stück. Welche Tickets? Ich, äh, ich spiel doch gar nichts. Tickets, die im Optionsmenü an der linken Seite unten... Warum hängt denn eigentlich das Spiel hier irgendwo so gerade? Äh, ich seh momentan, äh, Moment, ich glaub ich muss es doch nochmal beenden, du. Du, ich verlasse dich damit und, äh, wünsche dir viel Spaß. Ah ne, jetzt, jetzt ist das Bild aktuell. Ich hab noch nie auf New Game geklickt. Jetzt ist er weg. Welche Tickets? Welche Tickets denn? Was für Tickets? Sieht aber nicht mehr nach Phony. Ich bin noch da. Nein, ich bin noch da. Sieht aber nicht mehr nach Phony Island aus. Gut, dann, ähm, mach mal, ne? Wir machen das Gleiche. Ähm. Ich spasse noch. Ja? Ich mute mich hier drin einfach nur, damit du Bescheid weißt. Warum ist das jetzt ein ganz anderes Menü? Okay. Free Ticket. Anti-Alias. Advanced NG. Näh. Ich lass das jetzt einfach mal so wie es ist. Was zum Geier? Okay. Ähm. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Obscure Options. Ich räusche. Ich räusche mich doch. Machen wir es wieder weg. Sag mal. Das kann man nicht angehen. Ah. Cool. Okay. Ähm. Was steht da? Äh. Was steht da? Äh. Was? Jetzt kommt der hier mit dem Assembler an. Äh. Enable. Alles klar. Okay. Okay. Das sieht ja, äh. Hört das Brummen noch auf auf dem Ohr? Ist das echt laut, ne? Ich kann es ja sonst irgendwie... Ist es da auch schon wieder kaputt? Äh. Nein, nein. Hier. Keine Endlosschleife. Wir wollen schon... Moment. Start. Watch. Block. Block. Locking. Passt. Das funktioniert ja bisher ganz gut. You're just set to fix it. Didn't you? Ich würde es gerne leiser machen. Tja. So ist das halt, ne? Das ist ja tausendmal getestet und trotzdem ist man da drin. Das ist... Der Brummen wird lauter, aber es ist nur einmal, nur dass der Verstand immer lauter schreien wird. Schwierig. Wenn es euch zu laut ist, dann... Dann sagt mir das, schreibt mir das, wenn ich hingucken kann. Und dann drehe ich für euch den Sound leiser. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier gar keinen Pausenmodus geben wird? Ich hab... Wenn das... Na ja, klar. Wow. Incredible. Level 55. Continue. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Okay. Wenn das immer wieder von vorne anfängt, wird es ja auch schwierig, ne? Oder? Jetzt kommt doch gleich wieder die große Laterne und dann bin ich wieder tot, oder? Ich würde es ganz gerne eben ein ganz kleines bisschen leiser machen. Nur ein ganz kleines bisschen leiser machen. Moment. Äh... Äh... Wiedergabegeräte? Geht's nicht? Doch, geht. Warte mal. Irgendwo geht's. Sekunde. Lautstärke Mixer. Ich hoffe, das Ding hat irgendwo eine Lautstärke. Pony Island. Etwas leiser nur. Hat nichts gebracht. Experience the rest of Pony Island. Insert your soul. Continue. Ah... Broken. Paywall. Check Soul. Validate Soul. Soul required. Stop here. Ähm... Crash Game? Nein. Crash Game wollen wir nicht hin. Äh... Crash Game wollen wir auf gar keinen Fall hin. Funktioniert das? Nein. Ne. Ich würde sagen, wir machen das so. Und? What the... I stopped working. Wie? Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ähm... Ich hab's jetzt wirklich kaputt gemacht. Das kann man doch nicht angeben. 0524 Tickets found? Ah! Ah! Wie angenehm. Ähm... Moment. Continue. Hier ist doch irgendwas... Ach du Scheiße. Corrupted. Pony Island. KL. Pony Galaxy. Control. Was? Space. Ah, cool. Hm. Okay. Das ist nett. Score 4. Okay. Wie kommt... Wie findet man sowas? Run. Okay. Das ist schwierig. Moment. Jetzt... Das wäre aber hier... Hey, jahrelang Space Invaders gespielt. Das werde ich wohl da hinkriegen hier, oder? Nein? Kriege ich doch nicht hin. Aber ich würde sagen, das gehört gar nicht dazu, oder? Kriege ich extra Waffen? Oh, ist das empfindlich. So. Pony Island. Wie, das geht nicht. Okay. Ähm... Help Text. Hm. Alles klar. Messenger. What was that? Kann man das kleiner machen hier? Scheiße. Please respond. Hello. Helpless. Kann ich da was schreiben? Help. Not the response. Who are you? Hello, man. Warum hab ich das Gefühl, dass wir one auf dem anderen Ende sitzt? I'm a prisoner of this machine. Okay. I do not want you to panic, but it's impossible that we may share. Was? The same fate. I have a plan. I do not help you. You must help me. Will you help me? Ja, Ria Ritter. Die Schubladentrollung hat's gefunden. Bauer musste spielen. So bist du zu der Erde gekommen. Okay. Yes. Natürlich helfe ich. Ich helfe ja immer gerne. What was that? Was? Neue Machicht hab ich. Hello again. Wie, hello again. Hi. You must figure it out. You hacked your way out of Pony Island. The positive hit with Lou for completing mundane jumping tasks or something. Aha. Who's merging you? I don't know. It was so terrible that you had to escape. You must know my plan. Wie jetzt zwei Leute. Warte mal. There are three... Was? Kann ich das nicht schließen? Ich will das schließen. Listen. There are three core program files that this entire operating system depends on. Delete a single one will lessen the power that he wields. But you must delete. Oh, okay. Do you understand me? Probably. Okay. You must three core... Was? Chat. So. Ähm. Schon wieder so, Alter. I've been making changes upon you. Was? I ask you not to talk. Was? Hallo? Okay. Enough of that. You are mine now. Say yes, Master. Äh. Was? Es ist egal welche Taste ich drücke. Es ist... Ja. Könntest du meinen Mauszeiger mal in Ruhe lassen? Wie? Nein. Ich will das nicht. Unglaublich. Namen Kaiser. Ich krieg vom Shit wirklich nicht viel mit. Ich könnte ihn da drüber einblenden, aber... Aha. System Tech Incorporated. Da muss stärker sein als weiß noch heute. Du kannst sagen... Was? Wir glauben es dir nicht. Start Game. Oblivion? Was? Oblivion? Oder was soll das heißen? Was ist das denn? Enter the password model. So. Enter back to leave this place. Back. Okay. Was ist das? Ich nur hier einfach den Shit. Das fällt mir schwer, aber ich krieg's ja eh nicht. Okay. 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 Das zählt aber nicht als Deathcounter, oder? Wie? Doch vier. Warum? Game over. Come back. Win your skills improve. Okay. Moment. Ich kann noch wieder Escape drücken, oder? Was haben wir denn hier? Start. Save. Was haben wir denn hier? Start. Save. Left. Read small. Print ticket. Und was haben wir hier? Options. Ach was. Da sind wir ja wieder. Back. Start. Nee, ich bin noch nicht verzweifelt. Aber ich weiß auch nicht genau. Die killen mich doch, die Dinger. Respawn. Da kann ich doch nichts gegen tun. Okay. Das bringt's nicht so richtig. Irgendwas muss ich hiermit machen. Irgendwas muss ich hiermit machen. Okay. Left. Gucken. So. Greetings. Was greets? I think now. Print ticket. Wenn du das mal weg. Pocken den da rein. Und du? Achso. Okay. Gut. Machen wir das. Nein. Das wird ja nichts brennen. Das wird ja nichts brennen. Was mache ich denn hiermit? Ach. Was muss ich denn hier machen? Okay. Dann bleibt ja nur die Möglichkeit. Dann schicken wir den nach rechts. Danke. Dann schicken wir den hier wieder nach links. Wir umgehen das einfach mal. Ah. Ein Ticket. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob ich ähm. Ne. Jetzt kommen die Viecher ja wieder. Das ist. Gefällt mir nicht. Was kann ich denn dagegen. Ich sterbe doch gleich. Sag mal. Ich hab ne Idee. Ne. Das ist painful. Even for mir. Stop trying. And look elsewhere. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann ähm. Versuchen wir es woanders. Äh. Äh. Free Ticket. Pony für. Äh. Äh. Antiarten. Was ist das denn? Kann ich das wieder? Ähm. Obscur options. Ähm. Wir gucken nochmal. Vielleicht hat sich was geändert. Habe ich. Es ist so sinnlos. Es ist. Okay. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen hier versuchen was zu ändern. Was komm ich da nicht mehr rein? Warum nicht? Enter the password mortal. Mortal. Wrong. Enter back to leash. Okay. Options. Warum habe ich mit sowas schon gerechnet? Ach was. Okay. Da ist ja wieder was. Ach. Guck mal. Advanced. Answer to your prayers. Ne. Level up noise. Hellfire. Ach cool. Das klingt gut. Ominous humming. Das kann man nicht weg machen. Level 1 music. Struggling hardware. Gut. Advanced gameplay. Und prototype settings. Pony blaze. Unlimited ammo. Das klingt doch gut. Free will. Ähm. Schwierig. Pony mobile. Back. Back. Security settings. Parental controls. Haha. Geil. Haha. Elterliche Kontrolle. Was? Ja. Du bist dafür, dass ich das als EP mache? Solang. Ne. Ich finde es momentan. Was hast du denn bei mir? Lacked. Ach Mensch. Ich habe das immer bei Spielekreise. Ist wirklich so. On. Off. Na. Hello to die on. Was? Äh. Hello to die on earth. Ihr habt da wohl nicht alle. Äh. Kann man auch gar nicht einstellen. Äh. Send error reports. Yes. No. Maybe. I don't care. Can you repeat the question? Chat history. Code storage. Code storage. Be a kind soul. Just take one. Dinner. Hallo. Okay. Eh. Eh. Yes. Hi. I don't know. Probably. Chat. Yes. Master. Back. Mortal. Back. Was zum Henker mache ich hier? Ich kann ja nichts anklicken, ne? Und Tastatur wäre ja auch offensichtlich, hat das geheißen. Was mache ich hier zum Henker? Das geht nicht. Wir gehen mal kurz zurück, oder? Advanced Gameplay. Da bin ich ja nicht weiter gekommen, ne? Really useless options. Das nenne ich mal. Das nenne ich ja wirklich mal Really useless options. Äh. Wo war ich denn da? Gameplay, ne? Wo war ich denn da? Old Prototype. Und da oben. Wer eine better option than this. Pony Salvation Options. So'n Arsch. Cheater. Ich glaub's einfach nicht. Da ist doch was. Okay. Das ist geil. Ja. Der Cheater. Scheiße ey. Start mit Run. Dann. Dann müssen wir die erstmal wegnehmen. So. Warum macht er das jetzt nicht? Achso. Ah, da war ich zu. Okay, alles klar. Alles klar. Alles kein Problem. So. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Oh man ey. Ich glaub's einfach nicht. So. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den Dein. So. 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 Nochmal Increase Size. Ja, es bringt ja alles nichts. Die Größe ist nicht das Problem. Okay. Gibt's hier noch was? Da ist was. Okay, alles klar. da. 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 Ja, okay. Alles klar. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den Dein. Den kann er erstmal da hin. Wir müssen, ähm... Wo sind wir denn jetzt? Ja. Da. Okay. Ach. Okay. Alles klar. Äh... Da müssen wir... Der muss nach da. Der muss nach da. Der muss nach da. Der muss nach da. Den können wir da hin geben. Ähm... Increase Size. Ja. Ja. Pony Laser. Mit der rechten Maustaste. Äh... Aromischer Freigeschalter. There. Better Options. Was? Ähm... Oh cool. Nett. Go back in and turn that off. You can't play with that. Aber klar. Kann ich damit spielen. Mit dem Laser. Äh... Ich hätt's fast... Komm. Das machen wir nochmal. Ich hätt's fast geschafft. Nein! Nicht schon wieder. Respawn. Ich hätte das Ticket da wohl einsammeln sollen. Ah nein! Ah... Wenn nicht eins... Jump and Runs, ne? Das geht jetzt immer weiter. Bleib mal länger auf der Hüpftaste. Oh, das geht auch. Alles klar. Das wusste ich nicht. Dankeschön. Hab ich gar nicht ausprobiert. Das hilft dann doch. Um einiges. Ja, das war das Ticket. Ja, das hilft doch um einiges. Continue. Ich hab ein Continue bekommen. Immerhin. Ja, das sieht schon mal anders aus. Wuuh. Ich bin aber ins konzentriert. Shhhhhh. Ja, jetzt weiß ich auch warum der Deathcounter so viel zu tun hat hier. Alles klar. Das wird nur über die linke und rechte Maustaste gespielt. Das war das Ziel. Cheated, ja. Das kleine Driebläserpony, genau. Puh, okay.